Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Pinay Coox ist wieder da. Heute ein kurzes Video aus der Grimmers-Hörn-Bucht. Sitzen in der Strandbar Buchtbude bei heiterem Wetter, aber frischem Seewind. Schönen guten Nachmittag meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Gala-Band Swing-OK im Namen der Nordsee-Heilbert Cuxhaven GmbH. Ich begrüße Sie heute Nachmittag recht herzlich hier bei bestem Wetter. Ich habe gehört, hier ist seit heute endlich mal die Sonne zu Hause. Es wird ein bisschen wärmer. Wir kommen von unserer Norddeutschland-Tournee direkt aus Föhr und haben ganz, ganz schön dick gefroren die letzten 14 Tage. Aber wie gesagt, jetzt die nächsten Tage wird es schön lecker warm. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung mit uns. Heute spielt dort eine Band, Ohrwürmer aus längst vergangenen Tagen. Die meist älteren Zuhörer schwelgen in Jugenderinnerungen. Leider, leider, leider können sie diese schönen Melodien nicht hören, denn das Copyright steht davor. Das Bandmitglied mit der Trompete spielt ein herrliches Trompetensolo aus den 60ern, passend zu Schiffen und Blauer See. Leider habe ich den Titel nicht mehr parat. Auf der Elbe der übliche Schiffsverkehr immer wieder interessant, diese mächtigen Schiffe so dicht vorbeifahren zu sehen. Die Hundegesellschaft ist begeistert. Zu Füßen von Herrchen und Frauchen und dann bei dieser schönen Musik. 1 3 4 5 6 21 22 20 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.